ne nach ziegelsteinen ok wenn hier in ziel bleib liegen so mit ihm kann ich das buch auch nochmal lesen ich höre hier schon diese ratter dinge jawohl jetzt komme ich hier dran nicht vorbei niedlich aber ich finde besser heraus wie man es stoppt ja das stimmt wohl muss ach so jetzt muss ich mit ihm den strom wieder ausmachen ok also hier wieder hoch und zu den generatoren überall die ziegelsteine hier da und sonst nichts jetzt auch ist dass die schaltzentrale das muss ich mit ihm mit die schaltzentrale ok gut dann schauen wir mal vorsicht da ist was auf dem fußboden sie schon da vorne ist etwas sei vorsichtig so und ja ich habe auch schon mal hilf mir ich hätte jetzt gesagt ist von ihr aber anscheinend und wenn sie kein kommentar dazu abgibt ne sie guckt nur gut gehen wir weiter da vorne ist etwas sei vorsichtig da vorne ist etwas sei vorsichtig ok das wollte ich nicht nein nicht wechseln heilen so das kennen wir auch schon so klar ist hier noch was der dampft auch nur noch vor sich hin so jetzt gehen wir ja eigentlich gehen wir da lang ich mache das licht wieder aus dreh dich das wirft auch noch mit steinen nicht gut ich bin echt schon wieder angeschlagen da vorne ist etwas sei vorsichtig na gut so das ganze halt noch mit barry hier hier komme ich ja gar nicht durch jetzt ne ach ja aber von der anderen seite ist dann gitter das offenbar das weiß ich noch müssen wir tatsächlich jetzt da habe ich mich noch gefragt erinnerlich so gefragt da muss ich doch irgendwie durchkommen weil mit ihr komme ich da jetzt ja okay muss ich aber außen rumlaufen komplett dadurch nicht noch mal nicht noch mal die ganze scheiße so so was ein kleiner kopfschuss alles bewirken kann so kleine du bist dran ja da wird schon angezeigt dass man da durch kann welcher aufenthaltsort für ein kleines mädchen wie war ich weltklasse du warst toll hauptsache das macht keiner wieder an hier war ich noch gar nicht drin ne ne hier war ich noch gar nicht wo doch hier war ich doch schon drin ne ist hier noch was nö aber jetzt auf einmal extrem wenig ne ach hier komme ich jetzt auf die andere seite und hier war ja noch was im schrank kriegt das ja genau teile box ach wie kriegt das feuer denn jetzt aus und wie viele sind hier noch was sollen wir tun wir könnten wahrscheinlich hier raus wenn der weg frei wäre aber der weg ist nicht frei es sind ja alle frau die sind ja alle raus hier ne sind ja alle gegrillt worden doch noch nicht alle welches monster welches meine güte hier sind auch noch welche dran eigentlich muss ich mit dir noch mal alles abgeben ich wollte gar nicht runterfallen ach sie springt einfach auch darunter schön finde ich gut ich finde ich gerade irgendwas funkeln sehen da jeder schuss ist wichtig das geht auch noch nach unten hier ach da kam ich ja her ne ich hab's ja gerade da ich hab's gerade im funkeln sehen und jetzt noch eine kiste gut also einmal hier das kauf wunderbar und also die kiste war ein weiter und noch mal pistol position wir sind richtig gut ausgerüstet mittlerweile hier ist noch zielstein hat so ein mitnehmen willst du sonst kann er sein mal kurz nach unten geguckt hier glaube ich kam ich mit claire und der andere hat den namen schriftlich das nette liegen die hast du dann noch nicht oder ja jetzt kommen wir auch rein hier auch in einer hilfe für kleine hände mal verarschen ja dann mach mal auf du kleine hände gleiches prinzip ja da gibt es wieder ein paar teile gut und e e das monster das geht doch kaputt oder wie war es ja 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 so und kann ich jetzt hier auch raus aufschließen tatsächlich raus kann ich hier schon mal aber kann ich komm jetzt jetzt muss ich auf die karte gucken groß irgendwie ne 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 da kann ich auch das schießpuber ich habe keine leere flasche ich habe keine leere flasche ich habe keine leere flasche aber die laden wir gleich mal nach ja und was soll ich nur machen guck mal auf der seite nach da oben ich sollte natürlich auch an die zellen gucken wo die leute drin waren da könnte noch sein dass da was interessantes liegt wer weiß die kiste steht nirgends wo drin dann gucken wir mal mit ihr rein hier nein 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 da die stolen munition nehme ich hier ist noch eine kiste mitgenommen und hier ach hier ist wieder so ein krieggang ok das ist der kistenraum so und was macht sie jetzt hier gas abdrehen wahrscheinlich oh mädel ähm ach ja hallo ratte geh weg geh weg ja nimmst einfach nur neuen stein ah ok jetzt kann ich hier das gas abdrehen das ist natürlich nicht geht den kann ich schon mal selten nennen teile box ok äh und das muss ich kann ich jetzt wahrscheinlich drehen ne ja geschafft gut gemacht klein ja dann können wir ja raus ne so dann sind wir mit barry auch aus dem knast raus das ist sowas von nicht normal 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 das ist sowas von nicht normal